Am 15. Dezember waren Hendrik Hauschild und ich in Landquart, um ein Video über die Aufarbeitung der Rhetia zu drehen. Reto Mark entführte uns aber vorher zu einer noch geheimen Neuheit, zum Ahnenzug. Seit 16. Dezember 2023 ist er auf dem Streckennetz der Rhetischen Bahn als neuer Blickfang unterwegs. Doch was hat es auf sich mit dem bunten Triebzug? Ein Blick zurück in die Geschichtsbücher. Vor etwas mehr als 80 Jahren wurden die beiden Privatbahnen, Kua-Rosa-Bahn und Bernina-Bahn, mit der Rhetischen Bahn fusioniert, mitten im Zweiten Weltkrieg. Mit der Fusion wurden über die Jahre auch die Fahrzeuge analog der Farbgebung der Rhetischen Bahn ausgestattet. Während die Züge im Schandwick früher mit hellblau-hellgrauem Anstrich unterwegs waren, waren jene am Bernina im gelben Design unterwegs. Die RHB-Züge fuhren hingegen mit grün-beescher Farbe durch Graubünden. Die dreiteiligen Allegra-Triebzüge, welche die RHB ab Ende 2009 in Betrieb nahm, verkehren heute insbesondere auf der Bernina- sowie auf der Rosa-Linie und somit auf dem Streckennetz dieser Fusionsbahn. Gut 80 Jahre nach den beiden Fusionen stand nun das Allegra-Fahrzeug 3514 in den Werkstätten der RHB und erhielt eine Revision der Lackierung. Für einmal entschied man sich, das Fahrzeug nicht im gewohnten Rot, sondern in Anlehnung an die früheren Privatbahnen zu gestalten. So entstand der Ahnenzug. Ein neuer Blickfang als Hommage an die Vorgängerbahnen. 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 So ein Ein Muster des Ahnzugs haben wir bereits erstellt. Und wer weiß, vielleicht wird in nicht allzu ferner Zukunft dieses Modell in Serie gehen und auf vielen LGB-Anlagen unterwegs sein. Vielleicht auch auf ihrer. Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung mit.